Da geht es hier, das steht gegen ihr daneben, aber ich glaube Wunden zufügen können wir eh nicht. Könnten wir den bitte totkriegen bevor er uns abfüllt? Danke. So. Gut, die tiefen Höhlen. Lies die letzte Inschrift. Also erstmal finden, ich habe den dritten Zyklopenschlüssel gefunden. Lies die letzte Inschrift. Jetzt muss ich nur noch die dritte und letzte Tür öffnen, was ihre Inschrift wohl bedeutet. Auf jeden Fall muss ich mich nicht nochmal durch die ganzen Tunnel und Zwergensysteme durchkämpfen. Okay, hier oben ist nichts. Hoffen wir auch mal, dass es das jetzt mit dem Feuer elementar war. Ich bezweifle es aber ein bisschen. So, ein bisschen Regeneration, kann nicht schaden. Ich weiß gerade echt nicht, ob mir Armatruz gegen Feuerelementare helfen kann. Müsste ich wirklich mal probieren das nächste Mal. Gut, damit kann ich die Türe auf und zu glitschen. Hm. Gut, hier kommen wir wieder raus. Durch die Rundtür sind wir gekommen. Das heißt, die letzte ist die oben. Ah, falsche Seite, die da drüben. Nun der Träger des Flammenhelms wird. Leben, die durch die Feuer des Werbes retten können. Ach, den Helm, den wir nicht haben. So. Die tiefen Höhlen vom Morolosh. Reiß durch die Feuerfälle. Jetzt geht es durch die Feuerfälle zu reißen, um das Salamantenherz selbst zu finden. Dazu muss ich das Portal Nadysias Wundstätte durchschreiten. Okay. Findet ihr den Flammenhelm. Die Hinschriften sind eindeutig. Um weiterzukommen, brauche ich den Flammenhelm. Die Texte implizieren, dass er sich irgendwo in der Nähe sein muss. Wahrscheinlich haben die untoten Gräume ihn weggeschleppt. Hm. Okay. Da kommen sie ja auch schon. They are coming. Ich versuch mein Bestand. Bei meiner Raktion. Ein. Attacke. Attacke. Ach, warte. Alles klar. Das bin ja. Ja. Zerritus. Astus. So. Sprich von. Na klar. Ja. Hm. Du? Farahnar Ajo. Fura. Du mach deine Wunde weg. Sanja. Du mach bei ihm das Gift weg. Ich glaube, ich lasse die ganzen Schmiede immer mal liegen. Aufgepasst. Weil wer weiß, wie viele Gräume und die sind nichts wert eigentlich. Die dürften nicht viel wert sein. So. Hier ist jetzt alles irgendwie ver... ...ver... ...winkelt und verzweigt. Ich versuch mein Bestes. Ich versuch mein Bestes. Das war's mit denen. Vor allem den ganzen schönen Zwergenstahl, den sie dabei haben. Oh, die Triche. Das hier scheint wieder ein Übergang zu sein. Ein zerbeuter Sapeurhelm. Ah, der Sapeurhelm. Ich habe einen alten Sapeurhelm gefunden. Er trägt eine Nummer zur Identifizierung. Ich sollte ihn mitnehmen und seine Familie übergeben, damit sie weiß, was aus ihrem Vorfahren geworden ist. Ja, ja, gut erkannt, gut erkannt. Hier ging es einst nach Murulaus. Äh, äh, haben wir alles vergessen. Was wurde vergessen? Vergessen? Ich weiß es nicht. Ich habe es doch vergessen. Ich meinte, die Zwerge haben vergessen, dass es diesen Gang gab und dass sie mit den Gräumen Krieg führten? Nicht vergessen, das Wissen ist da, aber die meisten erinnern sich nicht mehr dran. Warte, wer bist du? Okay, also da geht es gar nicht lang. Hm. Au. Okay, da sind untote Gräume und da ist eine verschlossene Wand. Und wir haben jede Menge Fallen hier. Hm. Noch mehr untote Gräume. Ja, okay, hier ist es wirklich sehr verwinkelt und so. Na klar. Wieder eine verschlossene Geheimtür. Die zu einer verschlossenen Truhe mit einer Falle führt. Oh. Anleitungen. Diamantschleifstein, Kriegsbein und Skraia. Hm, lernen wir alles mal. Das sind hauptsächlich Schmiederezepte gewesen. Und das Weiden der Kriegsbeine ist nicht schlecht. Das Ding ist noch besser. 1W6 plus 9. Hätten wir bis auf die Lederbänder sogar alle Sachen dabei? Sprich vor. Aha. Da brauche ich aber ein Schmiedelevel von 18 und ich habe nur 16. So, das wäre ja schnell erledigt. Jetzt müssten wir nur noch Lederbänder finden. Dann könnte ich das sogar hier schmieden. Und ja, die Eisenwalder Kurbel haben wir noch gefunden. Da ist das Ding hier. Brauche ich da auch Steine eigentlich. Und Diamantschleifsteine. Lederbänder und Diamantsstaub. Und ja, ich sollte mehr Schleifsteine und so benutzen eigentlich mal. So, ein bisschen mehr Damage. Feuergeist da. Okay, erst muss der Feuergeist weg. Der Feuergeist ist immer noch da. Näh. Näh. Na klar. Äh. Ja. Ah, Quatsch. Das finde ich nicht gut. Aber das finde ich gar nicht gut. Alles klar. Okay, der Feuergeist ist weg. Ein Schwerg. Einbogen. Ein. Ein. Ich versuche mein Bestes. Für Aldo. Oh, ich lebe auf einmal wieder. Ach. Ach. Oh, ich lebe auf einmal wieder. Gib dir alles ja. Ich versuche mein Bestes zuver limits. Vielen Dank.